auch der dritte tipp bezieht sich auf das clip auswahlfenster wenn ich mit umfangreicheren projekten fertig bin klicke ich zum abschluss einmal rechts auf den freien bereich und wähle dann nicht verwendete clips entfernen so wird das projekt noch mal zum schluss aufgeräumt und ich kann es dann entsprechend noch mal abspeichern